Das Wochenende ist rum, ja aber noch nicht so richtig, denn Amerika hat President's Day, deshalb fehlt der amerikanische Markt und wir sind auf eigene Ideen angewiesen. Zumindest mal von der Aktienseite gibt es nichts Neues. Die Futures bewegen sich dort zumindest vorläufig noch ein bisschen, werden aber dann auch irgendwann in den Feierabend bald gehen. Deshalb gucken wir mal trotzdem mal drauf und schauen mal, wie die Situation hier aktuell aussieht, was wir davon zu halten haben, was hier die Bewegung aktuell ausmacht und wie wir vielleicht die nächsten Stunden damit umgehen oder dann eben ab morgen wieder. So, schauen wir als erstes mal auf den DAX. Der ist nach unten gekommen und zwar in einer sehr deutlichen, heftigen Bewegung und das passt eigentlich hervorragend, denn endlich haben wir das erreicht, was wir hier ja häufig schon mal angesprochen haben, nämlich dass diese Tiefmarke hier nochmal durchstoßen ist. Und dementsprechend jetzt der Markt eigentlich tiefenentspannt ist, was die Abwärtsseite angeht, denn er hat das, was typisch eben ist. Was typisch ist, ist nicht immer das, was immer passiert, aber womit man halt regelmäßig rechnen muss, nämlich dass der Markt hier reinläuft, das hat er jetzt endlich hinbekommen. Das wiederum bedeutet allerdings, dass so langsam aber sicher die Bullen wieder die Chance haben, zurückzukommen. Das muss noch nicht jetzt sein. Ein bisschen tiefer geht da noch. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber ab sofort kann man sagen, jetzt ist das wieder eine sogenannte, ich sage das immer so, aufgeräumte Situation hier. Und der Markt hat gute Chancen, jetzt dann nach Tief- und Umkehrpunkten eben Ausschau zu halten. Und Marktteilnehmer, die vorher nicht zufrieden waren, schon noch nicht rein wollten, weil sie gesagt haben, da fehlt noch ein Stück, die sind jetzt dann eher wieder bewogen zu sagen, naja gut, jetzt hätten wir theoretisch eine Situation, um da entsprechend einzusteigen. Wir sehen das auch, dass die Abwärtsbewegung insgesamt hier im 4-Stunden-Chart, ich mache es nochmal größer, viele wünschen sich das für ihre Mobilgeräte, ist das sonst ein bisschen schlecht ablesbar. Also wir haben hier eine ganz klare Abwärtsbewegung. Das war das Tief, was wir heute im Laufe des Tages hatten, beim DAX-Index 14.617 in etwa. Und wir sehen aber, dass diese vielen Gegenbewegungen mit Überschneidung eigentlich nicht suggerieren, dass das die Haupttrendrichtung ist, sondern dass das eher ein Gegentrend ist. Und es passt ja auch zu der Überlegung, dass das ja auch nur gedacht ist als eine Art Pausenschaltung, die wir jetzt hier haben. Einfach so halbwegs analog das, was wir hier haben, vom Abstand, nicht jetzt vom Bewegungsmuster, das ist eine scharfe Korrektur, hier ist eher eine Seitwärtskorrektur, dass wir das jetzt hier auch ähnlich bekommen, das wäre nicht so untypisch. Er darf allerdings noch tiefer gehen, sagt jetzt nicht, jetzt sind wir drunter, jetzt muss er drehen. Das wäre die falsche Schlussfolgerung da drauf. Ab jetzt kann er drehen. Wie können wir das festhalten oder woran kann man das ablesen? Ideal wäre jetzt, wenn der Markt jetzt irgendwie mal eine starke Bewegungsrichtung und dann eine schwache, dass wir dann zumindest mal die Situation, sagen wir mal, richtig einordnen kann. Was nicht gut ist, eine starke Aufwärts und eine starke Abwärts. Aber das habe ich euch ja schon zigmal erzählt, wir brauchen den Wechsel. Also nicht eine starke, die andere stark, auch nicht eine starke, eine andere stark und so weiter. Was wir brauchen ist, dass eine stark ist, im Moment ist es die und eine schwach. Wenn das hier passiert, habt ihr eine Idee, dann würde ich sogar noch mal die Short-Seite herausfordern wollen in dem Fall. Also wartet da drauf. Das ist nicht immer klar zu erkennen, aber wenn es nicht klar zu erkennen ist, ist es halt einfach kein Trade. Wenn es aber eine klare Unterscheidung gibt zwischen einer starken und einer schwachen Seite, dann habt ihr in etwa eine Idee, wie das Ganze aussehen soll. Das geht übrigens in allen möglichen Zeitebenen. Ihr seht das hier in den kleineren. Immer so eine A, B, C oder so ganz vielfach hin und her wackeln. Das ist immer eine schwache Bewegungsrichtung, klassischerweise zumindest. Und wenn ihr wie hier das nicht unterscheiden könnt, hier wäre ich nicht Short gegangen. Schade, weil es ja weiter gefallen ist, aber da sehe ich es halt leider nicht. Und dann muss ich mich da halt bedeckt halten. Ich kann dann da in dem Moment nicht einsteigen. Also die Chancen für einen Dreh sind da, ob der Markt sie nutzt. Das sehen wir dann noch aktuell, wenn ich mir das mal so angucke, noch übersichtlich gut. Also das kann noch hier ohne weiteres, ich gehe mal hier im 15-Minuten-Chart, das kann ohne weiteres nach einer A, B, C aussehen und danach runtergehen. Das kann aber auch noch weiterlaufen und dann so. Und dann hätten wir eine starke Anstiegsbewegung und wackelig runter. Ihr seht, das sind Nuancen, die sich ändern, aber die bringen sofort ein komplett anderes Bild zum Tragen. Also jetzt hier ran zu sagen, ist ganz klar, was passiert. Ich sage mal so, dieses Zwischentief hier bei 14.721, wie gesagt, alles jetzt auf den Index bezogen, das wäre schon so ein Hinweisgeber dafür, dass wir nicht hier auf der Aufwärtsseite, sondern eher auf der Abwärtsseite jetzt hier weitersuchen sollten vorzüglich. Bleibt da ein bisschen oberhalb, macht mal ein bisschen wackelig runter, dann sind wir schnell in so einem 1, 2, 3, 4, 5er Fahrwasser und dann eben wackelig runter für die Fortsetzung nach oben. Also das Prinzip ist relativ einfach. Relativ einfach heißt nicht, dass es immer gut zu erkennen ist. Mein Tipp ist allerdings, wenn es gut zu erkennen ist, dann hat man immer die besseren Chancen auf seiner Seite. Und ihr seht, das ist in meiner Formulierung leider nicht die perfekten Chancen, aber immerhin die besseren auf der Seite. Also wenn ihr seht, dass das die Stärkere ist, das die Schwächere, die Fortsetzung. Das klappt leider nicht immer so, das wäre jetzt zu einfach, wenn man sagen könnte, das ist eine ganz sichere Bank, kann gar nicht schief gehen. Aber es ist halt vorzüglich die bessere Bewegungsrichtung und dementsprechend ist das eher was, was man handeln kann. Und denkt immer an das CRV, die Chance-Risiko-Verhältnis, was sich damit auch nochmal deutlich verbessert. So, gucken wir mal auf den Dow Jones. Wie gesagt, der ist heute nur begrenzt. Also 19 Uhr, wenn ich das richtig weiß, ist Feierabend hier, was die Preisbewegung angeht. Also das ist nichts, was man jetzt unbedingt heute noch handeln muss aus meiner Sicht. Also vielleicht eher ein Tag der Vorbereitung für die nächsten Tage. Mal schauen, was es für Möglichkeiten gibt. Wir werden natürlich jetzt heute mal gucken, ob wir vielleicht ein paar Aktientrades vorbereiten können für euch. Wo man sagen kann, okay, das kommt auf uns zu. Heute jetzt in der Umsetzung, vielleicht eher mal ein Tag der Pause. Insgesamt kann man sagen, Dow Jones, und das wird uns beim S&P gleich genauso aufkommen. Es ist so ein bisschen so eine Zwitter-Situation. Ein bisschen sieht das nach 1, 2, 3, 4, 5 aus und hier nach einer A, B, C. Die Hochmarke hier, 35.000. Ich habe es am Wochenende auf dem englischsprachigen Kanal, vielleicht hat es der ein oder andere mit geguckt schon. Auf YouTube habe ich das ja, es ist einfaches Englisch, guckt es euch an. Da habe ich das detaillierter nochmal ausgearbeitet. Das ist ja eh frei zur Verfügung. Aber das wäre jetzt hier etwas 35.000 als eine mögliche Marke mit etwas Bauchschmerzen, weil wir sind hier latent, wenn auch nur knapp, aber in der Kursüberschneidung, was ich immer nicht so toll finde. Es gibt aber hier so ein bisschen Ausrede für die Hardcore-Trader. Ich sage das mal so, wenn ihr euch das jetzt nichts sagt, das könnte sein, dass das nur das Überschießen innerhalb der Korrektur ist, nicht der ersten und der vierten Welle. Also deshalb wäre es vielleicht noch in Ordnung. Insgesamt gefällt mir das noch nicht so sehr, was die Impulsbewegung angeht. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass das noch nicht so richtig ein Fünfweller ist. Ich mag mich aber täuschen. Also das wäre immer noch eine Option. Merkt euch mal die 35.000 hier beim März Future hier auf den Dow Jones. YM ist das Kürzel für den Dow Jones-Kontrakt. Das wäre etwas, das Hoch, ich sage mal vom 16. Vormittags. Das wäre so ein gewisser Lackmustest, wenn der Kurs da durchgeht, dass das die Richtung eventuell dreht. Ähnlich sieht es aus. Hier habe ich sogar noch die Zeichnung drin beim S&P 500. Nur je tiefer wir hier runter gehen, ihr seht hier die 4.292er Marke, das wäre etwas, was ich nicht mehr so sexy finde. Also wenn Rücksetzer, also nehmen wir mal an, wir unterstellen, das ist die tolle Richtung. Und das soll jetzt der Rücksetzer dazu sein, wenn er da durchgeht, ist nicht wirklich gut. Und es gibt auch ein paar andere interne Indizien, dass das bullische Bild eigentlich nicht das tollste ist aktuell. Das liegt daran, ich habe zwar hier jetzt sehr laissez-faire hier einen 5-Wäller draus gemalt, aber der 5-Wäller hätte hier hinten auch einen 3-Wäller. Und das geht eigentlich so nicht. Das heißt, eigentlich würde ich eher sagen, das ist alles korrektiv und wir sind noch in der Abwärtsseite. Also ihr seht, ich hatte beim DAX gesagt, der Dreh kann jetzt sofort erfolgen, aber bei den Amerikanern ist vorläufig abwärts noch nicht so außergewöhnlich. Wir müssen davon noch ausgehen, dass da noch ein bisschen mehr kommt und das Gleiche gilt grundsätzlich für die Nasdaq oder den Nasdaq Future, jetzt hier in dem Fall den 100er. Da sehen wir auch noch, dass das zwar immerhin korrektiv nach unten gegangen ist, aber von Stärke ist hier noch überhaupt nichts zu sehen. Also insofern da wahrscheinlich noch mal eher bedeckt halten. So, für diesen Nachmittag will ich es dabei mal bewenden lassen. Viel mehr gibt es aktuell eigentlich nicht zu erzählen. Morgen gibt es natürlich dann ein aktuelles Beispiel, wenn der Markt dann ja auch wieder da ist. Dann können wir uns mal anschauen, wie es dann aussieht. Euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und nutzt den Tag vielleicht ein bisschen für Trading, Vorbereitung, Nachbereitung. Morgen sind die Märkte wieder komplett da und dann geht es wieder richtig los. In diesem Sinne, euch alles Gute und liebe Grüße.